Gold 1 Rewards, Premium Upgrade Set, krankes Team of the Week, wir können denke ich mal rein starten, hoffentlich ziehen wir was. Let's go! An die smarteste Community auf YouTube, herzlichst willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch zu den nächsten Weekend League Rewards. Jungs, es ist soweit, das Team of the Week sieht anders krank aus und wir haben zum ersten Mal wieder seit ein paar Wochen Gold 1. 2018 war unsere Bilanz, absolut zufriedenstellend und heute wollen wir was draus zielen. Wenn das ganz nichts wird, sag mal einfach Premium Upgrade Set. Wir wollen auf jeden Fall einen geilen Food Champions Spieler ziehen, ich bin gespannt. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da, dass gerne ein Abonnement da ist, wenn ihr Bock drauf habt. Und schreibt unbedingt in die Kommentare, was habt ihr aus welchem Rang gezogen. Würde mich interessieren, wir starten direkt rein, ein Video wird unterstützt durch von Funk und Statsedek. Denkt dran, Paxi kann süchtig machen und ihr seht schon, wir haben vier Verkäufe. Ich fange langsam an, meine UV-Liste ein Stück weit zu verkaufen, zumindest bei denjenigen, wo ich Gewinn mache. Lewandowski 91er eingekauft für 115k, wir haben Lewandowski 90er-Inform eingekauft für 82k. Den haben wir für 74k gekauft und Ricardo Pereira haben wir für 124k gekauft. Also saftig-knaftig, ja, Gewinn würde Monte sagen. Die können wir dann auch rausballern. Und des Weiteren sind die 83er gerade wieder runtergegangen, liegen bei 1,5, 1,6, also relativ gut. Gehen wir ganz kurz noch drauf, was wir an Gewinn gemacht haben, wenn wir auf Freunde und Monat gehen, beziehungsweise eher auf Woche. Dann seht ihr, dass wir mit den Spielern zumindest schon mal, ja, knapp 115k gemacht haben, plus eben die anderen Sachen, die wir verkauft haben. Also es geht schon fit. Jetzt wollen wir uns aber damit beschäftigen, was können wir denn ziehen. Natürlich die Future Stars mit Haaland, mit Martinez, Saar, weil Werde ist natürlich mit am Start, plus dieses schmackotastische Team of the Week. Ich habe es ja schon mal angesprochen im Video, und zwar gestern oder vorgestern Abend. Team of the Week SPC. Ben Yedda Mbappé wäre ein Weltklasse, auch wenn ich sagen muss, Ben Yedda wäre bitter, er wäre den POTM haben. Ich hätte nichts gegen Ducouré, gegen De Jong, gegen Ramos. Lala wäre ganz okay. Des Weiteren hätte ich auch kein Problem mit Renato Sanchez oder mit Charlison mitzunehmen. Den Kostic, der Frisch, ja, wir lassen uns überraschen. Ich bin gespannt, wie viele von euch Mbappé gezogen haben. Und damit wollen wir direkt mal reingehen. Wir nehmen heute auch ganz entspannt bei Division Rivals, glaube ich, die Tradables. Wir können mal reingucken. Wir kriegen ein seltenes Spielerpack und ein Megapack, aber da zwei mitzunehmen wäre eigentlich auch besser. Vor allem, weil wir dann in verschiedenen SPCs abschließen können. POTM Namer steht ja vor der Tür. Und deswegen gehen wir lieber auch direkt mal mit denen. Denn da ist die Chance einfach größer, ein paar Spieler zu ziehen, die wir vielleicht abgeben könnten in die SPC rein. Und damit wollen wir direkt mal rein starten. Let's go. 2,35 K-Packs. Ihr wisst, die Packs, ich halte von denen nicht sehr, sehr viel. Was haben wir dieses Jahr aus diesen Packs gezogen? Gefühlt einfach gar nichts. Mal schauen, ob sich das jetzt ändert. Wir kriegen auf jeden Fall die ersten Tafelspieler. Und wir bekommen leider Gottes kein Walkout, sondern es wird werden ein Brasilianer Lickes-Mittelfeld. Und das kann Douglas Costa werden. Ja, von Pio Montecai schon mit dem 84er-Rating. Grüße gehen raus. Es ist zumindest erstmal ein solider Start. Kein überragender, aber zumindest ein solider. Plus 81 bis 83er Gesamtauswahl-Player-Pick. Den habe ich auch Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Und da gehen wir natürlich mit Paul Lopez. Bester Mann, kannst du nicht anders erklären. Das zweite Pack steht an. Megapack. Auf geht's. Vielleicht bekommen wir ja einen Back-to-Back-Schlitz. Das wäre schon sensationell. Das bekommen wir wirklich. Was ist denn jetzt mit den 35k-Packs los? Es wird ein Champions-League-Walkout. Leider kein Future-Star, aber es kann trotzdem knallen. Spanien, ZDM, Busquets. Ja, es wird wieder ein Fake-Troll-Walkout mit Martinez. 84er-Hype. Busquets wäre halt geil gewesen. 89er-Rating würde uns natürlich gerade bei den SPCs, die dann noch auftauchen werden, in gewisser Art und Weise nächste Woche extrem weiterhelfen. Wir haben die POTMs, die anstehen. Vielleicht auch andere SPCs, die vielleicht ganz geil sind. Wenn, dann hätten wir ja immer noch Sané oder Hasadi, weil wir natürlich abschließen könnten. Tatec noch mit dem 84er-Rating. Das geht auf jeden Fall klar. Wir dürfen übrigens abstoßen. Grüße gehen raus. Weiter geht's. 50k-Packs stehen an, bevor wir dann zu den 200k-Sets gehen. Plus zu den Player-Picks aus diesem, ja, wunderschönen Team of the Week. Nächster Back-to-Back-to-Back-Schlitz. Aber die Walkouts, die fehlen irgendwie. Es wird Argentinien werden, Stürmer. Und das ist Gonzalo Higuain mit dem 85er-Rating. Also die Ratings, die steigen langsam, aber sicher. Ja. Geht fit. Piemonte-Calcio. Hashtag Ronaldo, wo bist du denn? Ja, also wir haben jetzt schon zwei von Piemonte gezogen. Da können wir vielleicht auch hoffen, dass da vielleicht jetzt bald der Ronaldo auftauchen wird. Letztes Pack von den Division Virus Rewards. Bekommen wir den vierten Kaffelspieler hintereinander? Nein, bekommen wir nicht. Es wird ein 82-Plus-Rating. Leider Gottes maximal. Es wird werden Biglia vom AC Mailand. Ja gut, müssen wir halt durch als los, wenn wir zum Frosch werden wollen. Ja, aber positiv denke, wir haben ja noch 200er. Und damit wollen wir reingehen in die Food Champions Rewards. Gold 1, wie gesagt, 20-8. Elite war leider nicht mehr drin. Richtig bitter, weil wir hätten vielleicht dann doch, ja, keine Ahnung. Drei Player Picks sind natürlich immer besser als zwei. Gerade weil wir ja die Möglichkeit haben, Mbappé zu ziehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ob wir Mbappé rausziehen, die Chance ist wahrscheinlich so gering wie noch nie. Hier, gerade wenn es um Mbappé geht, Team of the Year zu ziehen, okay, das ist vielleicht noch ein Stück weit schwieriger. Aber na gut, starten wir rein. Erster Player Pick, bitte kein Benjetter. Alles andere, was gut ist, ist geil. Und es wird erstmal Chrysan werden. Der so von den Außen-Stats und aus der Bundesliga keine so schlechten Werte hat. Das geht schon fit. Ist aber nichts Überragendes. Der wird sowieso jetzt direkt abgegeben für das Premium-Upgrade-Set, was wir haben. Und damit haben wir Player Pick Nummer 2. Die Hoffnungen, die sind da. Sehr gering. Aber sie sind da. Und wir denken natürlich sehr, sehr oft positiv. Let's go. 3, 2, 1. Abfall ist angesagt. Was ziehen wir raus? Es wird... Ja, okay. Alles klar. Die Chance auf Mbappé war auf jeden Fall da. Ja, geile Player Picks aus Gold 1. Das seht ihr schon wieder. Das schwitzt überhaupt sich nicht. Lohnt. Ich bin froh, dass ich in der Weekend League absolut gar nicht geschwitzt habe. Und es einfach so geklappt hat. Naja. Player Picks, wir reden nicht weiter drüber. Premium-Upgrade-Set machen wir dann gleich noch. Jetzt gehen wir erst noch zu den 200k-Picks. Die sind natürlich tradable. Vielleicht ziehen wir ja hier den tradable Mbappé. Hätte ich auch gar kein Problem mit. Let's go. Wir starten rein. Aber natürlich mit keinem Walkout. Also unser Hype ist natürlich so riesig wie noch nie. Es wird Ajax Amsterdam. Die haben wir gerade eben schon mal gezogen. Und zwar Tadelsch mit dem 84er-Rating. Und das im 100k-Set. Gerade aus den Weekend League Rewards. Was Schöneres gibt es ja eigentlich nicht. Muss ich wirklich sagen. Fabian noch. Bellarabi. Geiles Pack. Guck mal rein, ob es genauso geil wird mit Pack Nr. 2. Wir öffnen das Ganze dann noch nicht mit der Nase. Wir haben ja noch ein Pack vor uns. Let's go. Ich bin gespannt. Come on. Auf geht's. Let's go. Let's go. Let's go. Komm, 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 komm. Walkout wird es zumindest schon mal. Ein, was Gutes ist. Es ist Brasilien. Es ist der Torwart. Und das wird von Manchester City Ederson werden. Zumindestens der Walkout ist da. Ja. Wenigstens ein richtiger Walkout. Martinez war ja so eher der Schmutzfaktor. Aber Ederson. Aber Ederson. Ein Walkout. Hype. Hey. Zumindestens ein, was Gutes, was wir vielleicht in der SPC eingeben können. Beziehungsweise was auch Coins bringt. Plus Neto und Felipe. Das ist ein ganz gutes Pack. Ist nichts überragendes. Wollen wir ja natürlich auch nicht zu gut reden. Ja. Aber es geht auf jeden Fall klar. Und damit gehen wir über. Ja. Zum alles entscheidenden Premium Upgrade Set. Jungs, wir sind beim Premium Upgrade Set angelangt. Es tut zwar schon ein Stück weit weh, Fabinho abzugeben. Gut, der hat nur 37 Spiele bei mir gemacht. Aber zumindestens Alex Tellech, der mit 139 Spielen echt extrem solide war. Aber er hat halt einfach gerade ein 87er Inform Plus. Er hat natürlich auch seine Headliner Karte. Und das ist einfach zwei Upgrades schon mehr, als er eigentlich hat. Und ich bin einfach der Hoffnung, wir ziehen hier bessere Karten draus als nur 86er Rating. Wir lassen uns einfach überraschen. Es kann natürlich auch werden, dass wir Telles direkt wieder zurückbekommen. Vielleicht im 87er. Das wäre okay. Aber sonst, der Rest ist halt einfach Karten, die ich halt absolut nicht spiele. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was habt ihr aus dem Food Champions Premium Upgrade gezogen. Einen von drei können wir uns auswählen. 86 plus hat das Ding mindestens. Ja, es gibt jede Menge Spieler, die ich gerne haben möchte. Die Frage ist halt nur, haben wir das Glück? Ja, ich habe viele Packs schon gesehen, wo es absolut, also wirklich absolut richtig schwach war. Die Frage ist, behält man diese roten Kartenpacks vielleicht sogar bis zum Team of the Season? Weil da gibt es natürlich auch nochmal die Möglichkeit, richtig kranke Karten in Rot zu ziehen. Aber na gut, wir brauchen einen guten Erstbesitzer. Ganz einfaches Prinzip, wir brauchen einen guten Erstbesitzer. Ob uns das Ganze gelingt, werden wir jetzt merken. Wir starten das ganze Ding rein in 3, 2, 1 mit der Nase. Let's go, come on. Ja, das Packlack bei uns ist anders geil. Wir haben drei Spieler zu Hause, die jeweils einen Headliner haben, glaube ich. Illicic hat einen Headliner, Alberto und Moreno, glaube ich auch. Was soll ich dazu noch sagen, ey? Das sind so Packs, da bist du gehypt. Aber die Auswahl mittlerweile ist von den 86 plus Spielern so hoch, dass da halt so viel Schmutz dabei sein kann. Aber naja, da hätte ich Telles dann doch lieber behalten. Aber nützt halt alles nichts. Illicic ist mit am Start. Ja. Okay, Hype in den Chat. Ich bin gespannt. Das ist übrigens unser Weekend League Team für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben. Damit starten wir auch rein. Wir starten heute auch mit Streaming rein. Auf ganz entspannt. Also könnt ihr euch das sehr, sehr gerne angucken. Wir machen die ersten 10 Spiele mit dem Team. Wenn es nicht läuft, ja, müssen wir halt auch hier einwechseln und sowas. Müssen wir mal schauen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich bin damit raus. Ja, ich hoffe, ihr hattet mehr Glück. Im Gegensatz zu mir. Ich bin auf jeden Fall raus. Haut rein. Macht's gut. Und ciao, ciao. Ciao.